Das war's für heute. Und wir sind kurz davor. Ich hab jetzt grad ein bisschen an Substanz und Ausrüstungen rumgemacht. Ist ein bisschen optimiert. Und ja, jetzt starten wir direkt durch. So, jetzt kommt erstmal die epische Musik. Wir sind hier angekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Videosequenz kommt. Auf jeden Fall werden wir... Nein, kommt sie nicht. Wir werden jetzt erstmal alles absuchen, bevor wir hier die Videosequenzen in dieser Gegend starten. Denn die Videosequenzen hier läuten das Ende der Disc ein. Ja, dann ist hier ein Speicherpunkt. Und da oben ist ein Item. Ich weiß gar nicht, ob hier Kämpfe entstehen können. Ich nehme mal an, schon. Wir haben hier ein Item Zauber bekommen. Den Speicherpunkt werden wir nicht nützen. Denn wir machen ja immer Safe States. So. Ähm, da dürfte auch noch was sein. Was ist denn hier Feines? Ah, hier ist das. Ich glaube, hier finden wir jetzt auf Anhieb nichts. Ich muss halt ein bisschen so rumsuchen, ne? Ist ja logisch. Soll ich da bestimmt auch gleich in den Kampf kommen? Oder gibt es keine Kämpfe hier? Ich weiß es nochmal. Es kann sein, dass hier keine Kämpfe sind. Was natürlich zu unserem Vorteil wäre, denn... Wozu brauchen wir Kämpfe? Brauchen die sie doch gar nicht. Die Stelle verwechselt oft mit einer bestimmten Stelle in Final Fantasy IX. Und deswegen denke ich auch immer, dass hier Monster kommen. Ich glaube, das sind gar keine Monster-Encounters. So, dann gehen wir mal in das Haus. Und gucken, was da so ist. Ist hier irgendwas? Ja, da ist ein Item. Wachsamkeit bekommen wir hier. Boah, Leute, ich bin schon so aufgeregt. Wegen Ende CDD1-Zone, ne? Logisch. So, was gibt's hier? Gar nichts. Okay. Ähm, dann in die nächste Hütte. Dann ist da so ein nettes Item. Das ist ein Elixier. Dann gehen wir mal hier nach oben. Gucken uns da mal um. So, dann will die Gruppe hier sich ausruhen, glaube ich. Hey, da ist ein Bett! Ich bin total am Ende. Warum ruhen wir uns nicht ein bisschen aus? Nein, wir wollen uns noch nicht ausruhen. Erstmal holen wir uns hier das neue Feindeskönnen. Was heißt das? Neue Feindeskönnen. Die nächste Feindeskönnen-Substanz. Ähm. Die kriegt der Barretto-San. Und zwar gegen eine MP+. Da müssen wir uns noch einige Skills reinholen in die Feindeskönnen-Substanz. Ist ja logisch. Da war sie. Da sind wir noch nichts drin. Und dann müssen wir dann alles holen, was wir in den anderen haben. Dann haben wir hier drei Charaktere mit Feindeskönnen. Und dann sind wir eigentlich schon ganz gut beisammen. Wir brauchen aber Feindeskönnen eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also vorerst nicht mehr. Dann werden wir uns noch ein bisschen hier umgucken, bevor wir hier weitermachen. Ich möchte wissen, was da hinten noch ist. Was ist denn da feines? Okay, da geht's weiter. Da kommen wir von der Seite rein. Ich will wissen, was da ist. Okay, okay, okay. Ich will nicht sagen, dass mir der Rahmen jetzt überhaupt nichts zusagt. Es gibt Schöneres. Viel Schöneres. So, dann ruhen wir uns aus. Boah, Leute, ich liebe CD2. Und im CD1 haben wir ja hauptsächlich gelevelt und so. Und Substanzen aufgelevelt. Im Part 2 werden wir uns den Statuswerten widmen. Und die mal maximieren von unseren drei Charakteren. Das werden wir nur bei drei machen, nicht bei allen Charakteren. Ich fühle es. Cloud, was ist los? Was ist los, Digga? Cloud! Eris ist hier. Und Sephiroth auch. Wie? Was? Sephiroth? Hey, woher weißt du das? Es ist keine Ausrede. Ich fühle es in meiner Seele. Dann sollten wir besser ganz schnell mal unseren Hinterbewegen. So, okay. Okay, wir müssen uns beeilen und Eris suchen. Ich glaube, zu meinen, dass wir doch hier irgendwo noch Komet-Substanz bekommen können, oder? Komet ist doch so eine geile Substanz. Eine meiner Lieblingssubstanzen. Meine Güte, was ist denn da hinten? Komm, lass mich doch durch, da ist so eine Tür oder was, ey. Du, Schiff, du. Okay. Ich meine zu glauben, dass ich weiß, wo es lang geht. Hier. Ah, genau. Die Stimme von Eris. Kommt sie von hier? Ja, und wir geraten langsam zu Ende von Disk 1. Und ich hoffe, dass ich in diesem Part nur Disk 1 Stuff bringen kann, denn ich habe ja gesagt, ab Disk 2 gibt es einen neuen Rahmen. Und ja, ich weiß, im letzten Part habe ich ein bisschen messed ab mit dem Rahmen. Ich wollte eigentlich einen anderen Rahmen zeigen oder irgendwie sowas. Also, ich wollte irgendwie Eris noch im Rahmen anzeigen. Ich habe mich dann letztendlich noch entschieden, von Anfang an des Parts Sid reinzupacken. Warum ich das gemacht habe? Nicht, weil ich zu faul bin, sondern einfach, weil ich gestern oder wann auch immer, ich glaube, vorgestern, vorvorgestern habe ich es aufgenommen, einfach keinen Nerv dazu hatte. Ich hatte keinen Nerv, das zu machen, weil ich hatte wenig Zeit und ja, wie soll man sagen, ist da oben noch irgendwas, bevor wir hier weitergehen, so? Ah, genau. Komet. Ja, Komet. Das geht, Komet! Komet! Das geht! Dann geht es ja nach unten. Epicness. Really Epicness. Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt passiert. Ich weiß es ja überhaupt nicht. Manche, ob das Spiel zehnmal durchgespielt, ich weiß es gar nicht. Hier ist der letzte Speichelpunkt für CD1. Und den werden wir jetzt doch nutzen. Boah, ich bin aufgeregt. Leute, 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 CD1. It's going to the finish. It's a finishing. I'm finishing. I'm finishing. So, dann, ähm, müssen wir hier nach unten. Cloud springt darüber. Und da ist Aris. Da ist Aris. Aris, ich komme. Oh Gott, ich hasse diese Stelle. Da springt er immer so hin und her und so. Jetzt springt er richtig. Komm, spring. Spring jetzt, Cloud. Cloud! So, jetzt kommt eine Videosequenz, glaube ich. Mehr oder weniger. Da sind wir und da ist Aerith. Was geht jetzt ab? Aerith, was ist los? Oh, Cloud, was machst du? Bist du doof? Wird Cloud jetzt Aerith töten? Renn weg, Cloud! Cloud, was machst du? Nein, tu es nicht! Cloud, hör auf damit! Ah, wozu zwingst du mich? Und jetzt kommt die traurige Sequenz. Da ist Aerith. Da ist Cloud. Da kommt sehr viel Rott von oben. Und er tötet sie. Damals haben wir uns auch keine Gedanken irgendwo gemacht, warum da kein Blut kommt, Leute. Auf jeden Fall tötet er sie. Oh nein, Aerith, stirbt nicht! Und da fliegt die Substanz. Die Substanz, die in ihrem Haar war, war ihr Geschenk, das Geschenk ihrer Mutter. Sie wird noch eine große Rolle spielen, diese Substanz. Und Aerith stirbt. Nein, Aerith! Aerith! Das kann ich nicht glauben! Keine Angst, das Mädchen wird bald Teil der Energie des Planeten werden. Wir müssen nirgendwo mehr anhalten. Jetzt geht es nur noch weiter nach Norden. Das verheißene Land erwartet uns hinter diesen Schneefeldern. Ich werde zu einem neuen Wesen, in dem ich eins mit dem Planeten werde, genauso wie das Mädchen. Halt die Klappe! Der Kreislauf der Natur und dein idiotischer Plan sind unwichtig! Aerith ist tot. Aerith wird nie wieder sprechen, nie wieder lachen, weinen oder wütend werden. Und was ist mit uns? Was sollen wir tun? Und was ist mit meinen Schmerzen? Meine Finger kribbeln? Mein Mund ist trocken. Meine Augen brennen. Was meinst du? Willst du sagen, dass es dir genauso geht? Natürlich! Was glaubst du? Bin ich? Hahaha! Hör auf, so zu tun, als wärst du traurig. Es gibt auch keinen Grund, so zu tun, als wärst du wütend. Darum, Cloud, du bist. Und jetzt kommt erstmal ein Kampf. Das ist der letzte Kampf auf CD1. Gegen Genoa! Jo, das ist der Battle gegen Genoa! Und wie schnell würden wir das jetzt hier machen? Hm, ich mach mal hier große Wache. Genau, ob ich hier wirklich schon anfange mit Feindes-Köln-Techniken. Wir haben jetzt hier A-Qualung auf der neuen Technik gelernt. Und uns eine große Wache rein und... Jetzt knüppeln wir mal ordentlich drauf. Gucken wir, wie viele Schläge wir für Genoa brauchen. Also wir sind ordentlich overpowered, ihr merkt es ja selber. Einschlag. Blaues Licht. Komm, dein blaues Licht kannst du mal hier sonst heute stecken. Zwei Schläge, Leute! Wir haben für Genoa zwei Schläge gebraucht. Für den zweiten Kampf gegen Genoa. Ja. Wir sind ja schon Max-Verweck, kriegen Zauberarmband. Ich weiß, ich bin extrem overpowered. Leute, das war doch so beabsichtigt. So muss man spielen für ein Perfect Game. Weil du eine Marionette bist. Ich? Eine Marionette? Und jetzt ist sie tot. Ich finde das so traurig. Unglaublich ist das. Deswegen ist dieses Spiel einfach das beste Spiel aller Zeiten. Weil es so extrem emotional ist. Jetzt ist Cloud mit Iris allein. Und dann nimmt sie hoch. Und dann nimmt sie hoch. Das wäre so krass. So was in ein Spiel rein zu machen. Unglaubliche Idee. Mir fehlen die Worte. Jetzt kommt die tollste Videosequenz, die ich in meinem Leben jemals in einem Spiel gesehen habe. Nicht von der Grafik. Einfach die Gedanken dabei sind unglaublich. Er lässt sie in der vergessenen Stadt, in der Stadt des alten Volkes, im Wasser untergehen. Und dann schwimmt sie dahin. So traurig. Es ist unglaublich. Wie viele Emotionen in einer Videosequenz stecken können in einem uralten Spiel mit schlechter Grafik. Das interessiert keinen. Jetzt hört mir mal alle gut zu. Ich bin Cloud, ehemaliger Soldat, geboren in Nibelheim. Ich bin gekommen, um mit sehr viel Rott abzurechnen. Kommt mir alles mächtig bekannt vor. Ich bin aus freien Stücken hierher gekommen. Zumindest dachte ich das. Allerdings. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe Angst vor mir selbst. Es gibt da etwas in mir, was ich nicht verstehe. Dieses Etwas war es, was mich bewogen hat, sehr viel Rott die schwarze Substanz zu geben. Wenn ihr mich nicht davon abgehalten hättet, wäre Eris womöglich etwas Fremdes steckt in mir drin. Eine Person, die nichts mit mir selbst gemein hat. Deshalb sollte ich diese Reise abbrechen. Bevor ich etwas Furchtbares anrichte. Aber ich gehe. Er hat vor fünf Jahren mein Heimatdorf zerstört. Er hat Eris getötet. Und jetzt versucht er, den Planeten zu zerstören. Ich werde ihm niemals vergeben können. Sephiroth. Ich... Ich muss weiter. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Wollt ihr alle mit mir kommen? Um mich davor zu bewahren, eine Katastrophe anzurichten. Weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, auf welche Weise Eris den Planeten vor dem Meteor retten wollte. Und jetzt glaube ich, dass wir es niemals erfahren werden. Aber... Wir haben noch eine Chance. Wir müssen uns die schwarze Substanz zurückholen, bevor Sephiroth sie einsetzen kann. Also los. Das war das Ende von CD1. Wir sehen uns im nächsten Part in der CD Nummer 2. Und meine Zuschauerfrage für heute, liebe Leute, lautet... Welche Szene in allen Spielen, die ihr jemals gespielt habt, findet ihr die traurigste und die emotionalste Szene? Und warum? Schreibt sie mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Wir sehen uns im nächsten Id�. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ja, bis Eis. Dann wieder, Promfer und Look! Untertitelung des ZDF für heute.